Hey, noch ein kleines Update. Ich bin ja Gebäude-Energieberaterin, Kälteanlagenbaumeisterin und komme eigentlich aus dem Handwerk. Und die Woche hatte ich eine Patientin, die mir leidgeklagt hat, dass alles schlechter geworden ist seit einer Infektion bzw. der Impfung für die Infektion. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann müssen wir halt schauen, was war auch davor schon im Argen, weil oft, wie ich schon immer gesagt habe, ist, wenn dann das I-Tüpfelchen oben drauf kommt, muss man immer sehen, was davor ja schon war. Dann habe ich sie meinen Fragebogen ausfüllen lassen. Ich habe mir den in Ruhe durchgegangen und auch hier gehe ich immer auf die Umwelt drauf ein, auf die Gebäudetechnik, wo wohnt man, was hat man sonst so außenrum, wie schläft man. Und dabei kam raus, dass sie schon seit über Jahren, wirklich Jahre in einer Schimmelbelastung lebt. Und sie kann nicht mehr das Haus verlassen, weil ihr Körper auf eine ganz normale Umwelt draußen reagiert. Aber im Haus, in dem Schimmel nur von Schimmel leuchtet, kann sie leben. Dementsprechend habe ich eigentlich fast die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, hey, also da muss man erstmal was tun. Ja, aber die Miete ist so günstig. Aber es ist rechtfertigt doch nicht, deine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, weil die Miete so günstig ist. Und wenn sie so günstig ist, dann suche ich mir doch eine Lösung, wie ich den Schimmel selber rausbekomme, bevor es mein Vermieter machen muss. Ihr müsst schauen, in was für einem Umfeld wohnt ihr, wie sind eure Möbel, aus was für Material besteht es, wie sind die gestrichen, was dünsten die Möbel aus und wie ist die Feuchtigkeit auch in eurem Haus, wie lüftet ihr. Da gibt es zig tolle Lösungen und Möglichkeiten. Also wenn ihr da was wissen wollt, kann ich euch das natürlich auch gerne mitgeben. Aber ein gesundes Wohnen, ihr schlaft, ihr regeneriert mindestens, meistens acht bis sieben, hoffentlich acht Stunden in eurem Schlafzimmer und das sollte kein Schimmel sein. Also schaut, wo ihr wohnt, in was für einem Wohnumfeld, was für Materialien seid ihr ausgesetzt und auch wohnt ihr an der Straße oder nicht. Das ist bei meinen Problemen ein bisschen, ich würde hier gern weg, aber mal sehen, wann der Zeitpunkt ist. Wir haben viel Belastung von außen und die Belastung tut natürlich unsere Gesundheit auch touchieren. Also bevor wir jetzt quasi natürlich das Immunsystem bei ihr stärken, weil der eine, ihre Mutter reagiert nicht so krass auf den Schimmel wie sie, hängt natürlich auch im Immunsystem zusammen, werden wir trotzdem sehen, dass wir ihr Haus renovieren oder ihre Wohnung renovieren. Weil ansonsten ist die ganze Therapie und das Geld einfach, naja, nicht ganz verloren, aber schon auch, sagen wir mal, das Klo runtergespült. Also deshalb denkt dran, ganzheitlich. Eure Lisa